Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Für die kommenden 8 Rennen stehen die Reifen jetzt fest. Hier eine Übersicht. Manche scheinen noch Probleme mit den 2019er Reifen zu haben. Ich versuche mal Licht ins Dunkle zu bringen. Also der C1 ist ungefähr der harte aus 2018, der C2 ist der medium aus 2018, der C3 ist der softe aus 2018, der C4 kommt dem ultra soften aus 2018 am nächsten und der C5 ist der hypersoft aus 2018. Wie man sehen kann, haben die Grand Prix von Großbritannien, Belgien und Japan dieselbe Reifenmischung und auch Deutschland, Ungarn, Italien und Russland. Nur Singapur ist am weichsten gewählt worden. Williams arbeitet wie jedes andere Team auch mittlerweile am Boliden für die Saison 2020. Trotz der schlechten Ergebnisse und der schlechten Performance nimmt sich das Team aus Grove den diesjährigen Boliden als Basis. Das Design hat kein fundamentales Problem. Das Problem mit den schlechten Leistungen liegt daran, dass sie mit der Entwicklung nicht hinterherkommen. Für das 2020er Auto soll es eine Evolution in vielen Bereichen des 2019er Boliden geben. Pirelli hat bestätigt, dass sie darüber nachdenken, die 2020er Reifen in den letzten Grand Prix der 2019er Saison einzusetzen. Der Grund ist simpel. Dadurch sollen die Teams Daten sammeln, damit sie keine größeren Reifenprobleme haben. Mario Isola meint, dass es zulässig ist, da die Teams auch Prototypen während der freien Trainings testen. Außerdem denkt er darüber nach, die 2020er Reifen sowohl im Qualifying als auch im Rennen zum Einsatz zu bringen. Das letzte Wort hierbei hat aber die FIA. Ein Gerücht nach dem anderen. Fernando Alonso bestritt im November 2018 sein letztes Rennen für McLaren. Gerüchten zufolge könnte der Weltmeister von 2005 und 2006 wieder in die Formel 1 zurückkehren. Mercedes-Teamchef Toto Wolf hat bestätigt, dass Alonso ihn bereits mehrfach kontaktiert habe. Angeblich soll er bei Red Bull angeklopft haben, doch 2019 wird es wohl kein Comeback mehr geben. Denn Motorenpartner Honda ist für den Astoria ein No-Go. Es ist aber auch nicht das erste Mal, dass er mit Red Bull über ein Cockpit spricht, denn 2007 kam es zu konkreten Verhandlungen. Kommen wir zu Mikes Meinung. Alonso wieder in der Formel 1. Naja, dann hätten wir alle Spaß, ihm am Funk wieder zuzuhören. Denn die legendären Sprüche zu McLaren-Zeiten waren echt amüsant. Michael Schumacher ist 2010 auch wieder in die Formel 1 zurückgekehrt und bei Fernando kann ich mir das auch sehr gut vorstellen. Wie ich bereits im letzten Video sagte, schreibe ich Williams nicht ab und glaube daran, dass sie dort unten herauskommen können. Wenn Pirelli das so umsetzen möchte, haben sie meinen Segen. Acht der zehn Teams hatten ja in diesem Jahr Reifenprobleme, abgesehen von McLaren und Mercedes. Eine Umstellung auf die 2018er Reifen wurde beim Österreich Grand Prix abgelehnt. Kommen wir zum Community-Kommentar. Drift, das RC-Magazin, hat folgenden Kommentar unter meinem FAQ geschrieben. Wie wäre es damit? RTL feuert den Wasser und ersetzt ihn durch die Legende himself, Jacques, der Schrei-Hals-Schulz. Ja, Drift, das wäre definitiv eine Option, um den Sender in Bezug auf die Formel 1 zu verbessern. Wenn dann die Werbungen, obwohl sie ja geregelt sind, noch weniger werden, dann gehe ich mal davon aus, dass sich der ein oder andere von euch das sicherlich angucken wird. Ich mag halt solche emotionalen Sportreporter, gerade beim Fußball. Gerade internationale Sportreporter gehen quasi an die Decke, wenn etwas Unglaubliches passiert. Das feiere ich so hart, nicht so wie einige, die kommentieren ungefähr so wie eine Schlaftablette. So als Beispiel, ja, jetzt müsste Vettel überholen. Jetzt geht er an ihn ran, der ist es offen und er ist an Hamilton vorbei. Da frage ich mich ernsthaft, hey, geht's vielleicht noch ein bisschen langweiliger oder was? Aber jeder hat seine eigene Meinung, was die Kommentatoren angeht. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, könnt ihr auf Like klicken und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann das mit einem Klick auf Abonnieren nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao. Bis dahin.